Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 20. August 2017 stürzte ein 69-jähriger Pilot mit zwei Passagieren an Bord am Sanetschpass oberhalb von Sion ab. Alle drei verloren dabei ihr Leben, teils aufgrund des Aufschlags und teils aufgrund des Brandes, der danach entstand. Unsere heutige Vorbemerkung, respektive der Blick aufs Leben, der fällt heute weg, aus einem einfachen Grund. Wenn mir etwas einfällt, dann sage ich es und wenn mir nichts einfällt, dann lasse ich es bleiben. Ich habe aber trotzdem zwei Vorbemerkungen. Das heisst, eigentlich sind es drei. Die ersten beiden betreffen meine Videoserie Stolpersteine beim Helifliegen. Das ist eine vierteilige Videoserie, wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sich die anschauen. Da habe ich in einem Video gesagt, dass Bodenresonanz nur bei Helikoptern auftrete mit ungerader Rotorblattzahl. Und ein Community-Mitglied hat mir gesagt, das stimme so nicht und er hat Angst gehabt, dass sich die Helikopterpiloten dann in Sicherheit wiegen. Das ist natürlich Blödsinn, weil jeder Helikopterpilot ist verpflichtet, dass er sein Fluggerät kennt und dass er das Handbuch studiert. Und wenn ein Helikopter anfällig ist auf Bodenresonanz, dann steht das garantiert im Handbuch. Und es steht auch drin, wie man es vermeidet, respektive wie man rauskommt, wenn man trotzdem mal in Bodenresonanz gerät. Die zweite Bemerkung, ich habe in einem Video ein bisschen Werbung gemacht für die schweizerische Rettungsflugwacht Rega. Und da haben mich zwei Mitglieder darauf aufmerksam gemacht, dass es auch eine Gönnerkarte gäbe für die Air Glacier und die Air Zermatt. Ich habe immer gemeint, der Luftrettungsdienst, der sei quasi koordiniert von der Rega und die würden alle sehr gut zusammenarbeiten. Die beiden Community-Mitglieder sagen nein, das sei im Prinzip ein freier Markt und man solle doch bitte auch mal sich die Gönnerkarten von diesen anderen Firmen anschauen. Die seien erst noch günstiger bei offenbar gleicher Leistung. Das kann ich nicht beurteilen, aber ihr seid herzlich eingeladen, auch die Angebote von Air Zermatt und Air Glacier zu studieren. Ich hoffe, ich habe keine wichtige Organisation ausgelassen, sonst bitte wieder in den Kommentaren ergänzen. Und die dritte Vorbemerkung geht an unsere schweizerische Sicherheitsuntersuchungsbehörde Sust. Liebe Sustler, ich habe euch ja immer verteidigt und eure Gründlichkeit über alle Massen gelobt. Unser heutiger Fall hat mehr als sechs Jahre gebraucht, bis er von euch aufgeklärt worden ist. Und er war ja, glaube ich, nicht allzu kompliziert zu verstehen. Ich verstehe das nicht. Und es gibt noch einen weiteren Fall, wo ich auf die Aufklärung warte. Der geht mir selber auch relativ nahe, weil da habe ich einige Kollegen in der Fluggruppe Reichenbach, die auch auf diesen Abschlussbericht endlich warten. Es geht um einen Unfall, der im Sommer 2020 passiert ist. Es ist also jetzt dreieinhalb Jahre. Und ich hoffe nicht, dass wir da auch sechs Jahre warten müssen, bis der Unfall der Hotel Bravo Tango Lima Foxtrot aufgeklärt ist. Wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt bei einer Untersuchung, wie wäre es dann mit einem kleinen Zwischenbericht? Einfach kommunizieren, was los ist, damit wir Bescheid wissen. Ich weiss, die Meinung eines kleinen Privatpiloten wird euch sicher wenig interessieren. Aber ich sage es trotzdem, es muss euch doch bewusst sein, dass die Hinterbliebenen, der Opfer, wissen möchten, was passiert ist. Sie möchten verstehen, was passiert ist und sie möchten auch durch den Abschlussbericht endlich mit dieser tragischen Vergangenheit auch abschliessen können. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Für den 20. August 2017 plante ein 69-jähriger Pilot einen Flug von seiner Homebase Biel Kappelen nach Locarno. Das Flugzeug eine Piper Warrior II, Immatrikulation Hotel Bravo Papa Tango Lima. Das Wetter ziemlich sonnig, Wolken drei Achtel bis vier Achtel entlang der Bergflanken, Sicht 30 Kilometer, Wind aus 340 Grad mit 10 bis 15 Knoten. Ein erfahrener Pilot weiss, was das bedeutet. Leerwinde, die die Steigleistung reduzieren, wenn man einen Pass von Süden Richtung Norden anfliegt. Für sommerliche Verhältnisse war es relativ kühl, ein paar Tage lang, also auch am 20. August. Vier Grad auf der Höhe von ungefähr 2000 Metern. Also die dichte Höhe scheint mir in diesem Fall nicht so ein riesiges Problem gewesen zu sein. Der Pilot nicht besonders erfahren. 2005 hatte er seine PPL-Prüfung abgelegt mit 60 Stunden. Am Unfalltag hatte er insgesamt etwa 200 Stunden. Was bedeutet, dass er in zwölf Jahren etwa 140 Stunden geflogen war. Das ist knapp eine Stunde pro Monat. Wenn ihr mich fragt, wenn man nur so wenig fliegt, sollte man das Fliegen eigentlich aufgeben. Aber trotz allem, es wäre eigentlich kein Problem. Denn auch ein nicht sehr erfahrener Pilot muss wissen, wie man eine seriöse Flugvorbereitung durchführt und wie man sich im Gebirge zu verhalten hat. Meine Empfehlung an diesen Piloten hätte gelautet, halte dich bitte an deine Vorbereitungen und weiche nur in Notfällen von der geplanten Flugroute ab. Um 10.15 Uhr startete der Pilot in Bielkappelen. Mit an Bord ein 49-jähriger Schweizer und ein 52-jähriger Deutscher, der in der Schweiz wohnhaft war. Die Hotel Bravo Papa Tango Lima stieg auf 4'500 Fuss und flog Richtung Südwesten entlang des Bieler und Neuenburger Sees. Auf der Höhe des Flugplatzes Bayern drehte er 90 Grad nach links und auf Höhe des Greyerzer Sees wieder Richtung Süden zur Rhone-Mündung am Genfer See. Dann ging es weiter durch das Rhone-Tal Richtung Martigny und Sion. Kurz nach 11 Uhr fragte der Pilot den Tower-Controller in Sion, ob Sion Militär aktiv sei, worauf ihn der Controller darauf hinwies, dass er soeben ohne Erlaubnis in die CTR von Sion eingeflogen sei. Also auch hier ein Hinweis auf mangelhafte Flugvorbereitung. Auf die Frage nach seinen weiteren Absichten antwortete der Pilot, er wolle weiterfliegen bis Brigg und dann umdrehen und in Sion landen. Das war also offensichtlich schon mal eine Abweichung von seinem ursprünglichen Plan, nach Locarno zu fliegen. Vielleicht hat er gemerkt, dass sie relativ spät in Locarno wären und die drei hatten vielleicht schon Hunger und haben dann beschlossen, wir essen in Sion zu Mittag. Das ist Spekulation, das steht so nicht im Bericht. Um 11.38 Uhr landete die Papa Tango Lima auf der Piste 2.5 in Sion. Ich vermute, dass die drei im Flughafenrestaurant von Sion, das ich übrigens sehr empfehlen kann, zu Mittag gegessen haben. Am frühen Nachmittag gab der Pilot im C-Büro eine Fluganmeldung für den Rückflug nach Bielkappeln auf. Als Flugroute sah er den Ausflug über den Punkt November Whisky Richtung Martigny und Payenne vor. Dieser Plan wurde offensichtlich wiederum kurzfristig geändert. Um 12.46 Uhr verlangte der Pilot die Rollfreigabe für einen Sichtflug nach Bielkappeln via Sanetschpass. Das ist einer von mehreren Übergängen vom Wallis ins Berner Oberland. Der Einflug ins Tal liegt direkt auf der Höhe des Flughafens Sion. Und jeder Pilot müsste wissen, dass er zuerst steigen muss, bevor er dort in dieses Tal hineinfliegt. Hier hat der Controller übrigens einen kleinen Fehler begangen, indem er nämlich das QNH mit 1012 angegeben hat. In Wirklichkeit betrug es 1022 Hektopascal. Für die Laien, QNH ist eine wichtige Einstellung für den Höhenmesser, der dafür sorgt, dass man dann eben auch die richtige Höhe angezeigt bekommt. Aber selbst wenn der Pilot irrtümlicherweise das falsche QNH eingestellt gehabt hätte, entschuldigt das natürlich längst nicht diese lausige Gebirgsflugtaktik, die nachher folgte. Der Pilot müsste übrigens festgestellt haben, dass da etwas nicht stimmen kann mit dem QNH. Bevor man startet, stellt man den Höhenmesser auf die Höhe des Flugplatzes ein und hat dann automatisch das korrekte QNH. Und eine Abweichung von 10 Hektopascal hätte unbedingt eine Nachfrage beim Controller nach sich ziehen müssen. Der Sanetschpass liegt auf 7355 Fuss. Eine Überhöhung von mindestens 1000 Fuss wird dringend empfohlen. Und selbst wenn der Pilot kein GPS dabei gehabt hat, ein Blick auf die Luftfahrtkarte hätte genügt, um die Minimum Safe Altitude, also die Mindestsicherheitshöhe abzulesen, 8400 Fuss. Aufgrund von startendem Eierfahrverkehr fragte der Controller den Piloten, ob er via Downwind steigen könne. Der Pilot bejahte das. Um 12.51 Uhr wies der Controller den Piloten an, zu melden, wenn er bereit sei, nach links Richtung Sanetschpass zu fliegen. Der Pilot antwortete, er sei bereit, worauf der Controller ihm die entsprechende Freigabe erteilte. Diesmal mit dem korrekten QNH 1022, das auch vom Piloten so zurückgelesen wurde. Kurz darauf musste der Controller offenbar einen anfliegenden Rettungshelikopter koordinieren und fragte deshalb den Piloten unserer Unfallmaschine, wo er denn genau sei, respektive wie hoch er sei. Und er hat zur Antwort gegeben, 4500 Fuss. Da war er aber bereits auf der Höhe von Champs-Dolain. Das heisst da, wo man dann eigentlich rechts ins Tal fliegen würde für den Sanetschpass. Und da hätte ihm auch auffallen müssen, dass er jetzt noch 4000 Fuss steigen muss in wenigen Minuten und dass das gar nicht möglich sein kann. Es wäre auch absolut kein Problem gewesen, dem Controller zu sagen, dass er noch weiter Richtung Martini fliegen wolle, um Höhe zu gewinnen. Aber der Pilot drehte nach rechts Richtung Sanetsch. Mehrere Beobachter bemerkten das sehr tief fliegende Flugzeug. Einer davon war ein Sphere-Absolvent. Sphere, das ist die fliegerische Vorschulung der Schweizer Armee. Also der wusste schon ein bisschen Bescheid und es fiel ihm auch auf, genauso wie vielen anderen Beobachtern, dass das Flugzeug sehr tief flog. Das merkte der Pilot offensichtlich auch und er drehte nach links, also machte eine Steigkurve, zuerst nochmal talabwärts. Und nach dieser Linkskurve flog er wieder weiter Richtung Sanetschpass. Auch da haben die Beobachter gesagt, immer noch zu tief und sie haben erwartet, mindestens einer davon hat erwartet, dass er jetzt gleich umdrehen werde, aber er sei eben weiter geflogen. Hier hätte der Pilot nochmals Gelegenheit gehabt, drei Leben zu retten, sein eigenes und das seiner beiden Passagiere. Umdrehen und die ursprünglich geplante Route über den Genfer See nehmen. Stattdessen flog er nach der Steigkurve eben weiter Richtung Sanetschpass. Um 13.09 Uhr kollidierte die Papa Tango Lima auf 6.890 Fuss mit dem ansteigenden Gelände und geriet in Brand. Alle drei Insassen verloren dabei ihr Leben. Ein technischer Defekt wurde ausgeschlossen, ebenso eine Kohlenmonoxidvergiftung. Auch gesundheitliche Probleme sind eher unwahrscheinlich, ob schon die Autopsie des Piloten eine mässige, generalisierte Arteriosklerose zeigte. Alles in allem haben wir hier wieder einmal einen Fall von ganz schlechter Flugplanung. Der Entschluss über den Sanetschpass zu fliegen wurde ja ganz spontan zwischen Fluganmeldung und Rollfreigabe getroffen, sodass eine Berechnung der Steigleistung höchstwahrscheinlich nicht stattgefunden hat. Hätte er sie berechnet, dann hätte er festgestellt, dass er maximal, also im besten Fall 300 Fuss pro Minute steigen kann. Aber auch ohne diese Berechnung hätte, wie gesagt, ein Blick auf die Luftfahrtkarte genügt, um zu wissen, dass eine Höhe von mindestens 8500 Fuss vonnöten ist. Und ein Blick in die Gebirgsflugregeln hätte genügt, um zu wissen, dass man niemals in ein Seitental fliegt, ohne vorher die nötige Höhe zu haben, um hinten über den Pass zu kommen. Ich will der zuständigen Fluggruppe Seeland nicht zu nahe treten. Aber ich meine, Fluggruppen haben schon eine gewisse Verantwortung, wenn sie schon Flugzeuge vermieten, dass diese Flugzeuge auch von gut geschulten Piloten geflogen werden. Meine Empfehlung an alle Fluggruppen, erstellt doch ein kleines Quiz, das jedes Jahr ändert, mit ein paar Theoriefragen, auch mit ein paar Fragen zur Gebirgsfliegerei, und macht es zur Bedingung, neben der normalen, praktischen Weiterbildung, die ihr anbietet, macht das zur Bedingung, damit diese Leute dann eben auch Flugzeuge mieten dürfen.